Der Mond erscheint in einer hellen Nacht, wie ich nun ihn nie zuvor gesehen habe. Ja, 15 Videos nachher haben wir es offiziell eigentlich mal geschafft, da hinzukommen. Es ist Zeit, wir müssen gehen. So, warum? Was ist passiert? Seth hat sich geschafft, dass er sich in der Mitte ist. Aber wir können es nicht zu lange verlassen, oder sie werden schnell wissen, wie sehr lustig er ist, und ihn von der Basis entfernt werden. Oder schlafen ihn und ihn schlafen. Aber für einen Moment, er wird sie lieben und sie lieben. Das ist dann, dass er uns in der Mitte ist. Okay. Marschallers von der Verordnung, wenn die Führung beginnt, und die Führung beginnt, und die Führung beginnt, und die Führung beginnt, und die Führung beginnt. Ich meine, das ist eine Führung, um in der Mitte zu schlafen, und die Führung zu schlafen. all I care about is Williamson. It is vital, dass wir ihn stoppen. Agreed. That man is a stone cold killer. Williamson is a proud fool. Cool. The question is, which will win out between his pride and his instinct for survival. Gutes Bild. Da is the Gatling Gun. Eskunt yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. Gutes Bild. Come on. Let's go. All right, good. Now just stay put till I tell you otherwise. That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I lull our adversaries into a sense of security with some beguiling sales matter, I will give you the signal. What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of the wagon, rise like the Phoenix and start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. A moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John. I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. Come on in. Come on in. Welcome to my humble abode. Come on. whoosh ha 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 ha! Yeehaw! Greetings, my good men! What would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible? Mhm I'm ready Oh, it's gonna be a bit of a transplant It'll be a bit of a transplant and give it a feeling of vigor and freshness to the whole system Why, some men have reported to me that after drinking it for one month they can chew through steel What the hell? It's a trap! Yeah! Let's see how they like this Take them down, my sister Stop shooting at me! Start shooting! I'm never making it out of here! Good job! Over there! I'm gonna make you see a scam! Let her in! See you right there! Neither I see you! I'm not gonna kill you! I'm not gonna kill you! Damn! Stop! What are you waiting for? I can hear you! Oh! Woohoo! Woo! Fuckin' dang pig! Them cocksuckin' sumbitches escaped the other side of the fort! All right, let's go! Come on, let's go! Let's go! I think my work here is done! All right, boys, let's move! Shit! That one almost got me! I knew I could shoot! What? Come on, always! Over there! I have more of them after! Lieber schießen 800 Mal in die Fresse! Achtung nur einmal! Come on, let's regroup! That's the last of them. But we still can't find Williamson anywhere. Hey! It's the snake oil guy! General Ann let me in, for goodness sake! That fool must be hiding. Men, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! You've got sense of urgency here, please! Open the gate! It's the snake oil guy! Get the goddamn gate open and lock it behind him! Oh, we've got company, gentlemen! These scoundrels have got reinforcements riding this way! Oh, my good lord above! There must be a hundred of them! So viele können's auch nicht sein. Die erledigen wir alle. That's it, my boy! Come on, let's vote another question! Come on, girls! Stand two, man close! Get em on, boys! All right! They're gonna get, die! Come on! On! Boah, Alter, du schießt ja die Dinger um. Was will ich denn da noch machen? Herrgott seins. Du schießt ja schon alles, was sich ja bewegt. Was soll ich denn noch alle schießen, ne? Alter. Ich bin weg, weg. Na ja. Wo sind die hundert? Wo sind die hundert? Wie soll ich das wissen? Wo in Mexiko, du kleine Scheiße? Scheiße, die Hose. Einmal woanders Chupa Rosa. Ich glaube, er sagte. Das ist eine Bandikantrie. Chupa feckin Rosa. Ich nehme dich da, John. Ich bin wirklich populär da. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends. Down south. I'll see you at the ferry, Irish. And just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be head to Mexico. Chupa. How is it down there? Wonderful. A sweet peace-loving people with a love of social justice. May you always buy your brain in your... Stolze Gerechtigkeit. Nein, sorry. Nein, alles gut. You too, Mr. West Dickens. Marshal? Alright, boys. That's enough. Oh, schade. Gefühlt vor einer Woche waren wir dann noch hier. Ihr wisst schon. Unbegrenzte Möglichkeiten. Oh, da kann man jetzt ein paar Leute da... Wie gesagt, ich habe ein neues Pferdchen leider. Oder besser gesagt, was heißt ein neues Pferdchen? Das ist halt... Guck mal, ob wir so ein bisschen Geld zusammenkriegen. Guck mal, ob wir so ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und dann kann man gucken, wo noch welche sind. Aber eigentlich sind ja noch welche im Vorderen. Also ich würde da gerne schon noch rauben gehen ein bisschen. Weil ich dann nie was man gebrauchen könnte. Ah, was war denn da? Was war denn da für ein... Hey, hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich glaube auch nicht, dass wir was anderes finden jetzt. Ist gut, dass wir es ein bisschen wegziehen können. Wann hat die Pflanze? Ich habe gerade gedacht, die wandert die Pflanze jetzt. Guck mal, was es noch gibt. Gibt es noch mal was in Fort Mercer, was wir... Reingehen können wir nicht mehr, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass es da drin jetzt die... Ich glaube, dass ja auch die Leichen Respawns sind, dass es da wahrscheinlich gar nichts mehr zu holen gibt. Das hätten wir vorher machen müssen. Gut. Also, dann haben wir hier schon mal ja alles eigentlich fertig. Karte. Karte. Ich glaube nicht, dass ich genug Blumen habe, weil ich nicht weiß, welche ich alle brauche. Steht, glaube ich, auch gar nicht dran, gell? Steht bei... Ne, die gibt es tatsächlich auch nicht. Journalisten-Visionen-Info-Herausforderungen... Ah, hier. Dann so habe ich noch nicht. Oh, ich komme jetzt mal kurz. Ich glaube, das kann man später alles machen mit diesen ganzen Herausforderungen. Okay. Ich glaube aber nicht, dass ich mitten in der Nähe hier ein Lager ausschlagen kann. Nein. Dann reint mir ein bisschen weiter weg. Komm, Pferdchen. Komm. Hier, komm. Ah, doch, es ist ein schwarzes Pferdchen. Nee, nicht ganz. Braun, schwarz, lila, blassblau, Ketchup, keine Ahnung. Wir müssen besser weiter weg von der Zivilisation, dass ich... Ja. Ich bin ein Río-Brabos. Ich glaube irgendwie, dass wir Pumas 18 erledigen müssen und häuten müssen. Das macht dich mein. Nee, haben wir da nicht haben, ne? Pumafratze. Bäm. Nee, super. Kann ich mittlerweile jetzt, oder? Ja. Weil, dann gehen wir nämlich zu McFallen. Ja. Guck mal, was er für uns hat im Gemischwarenladen. Wahrscheinlich gibt's ja was Tolles. Büchsenmacher, glaub ich, gibt's... Hi! Ich bin sicher, dass du etwas findest, was du hier magst. Ich glaube nicht, dass Jeremiah Thomas mit seinem Plan ist. Schaut alle wichtigen Informationen für Henning's Date aus. Und dann... Für das bisschen Kleingeld ist das okay. Von Parasiten befallener Adana. Die ganz großen kann ich noch nicht kaufen, wie die jetzt hier. hier... Hier... Ich muss mal eh gucken, welche ich zureiten muss, für... Pumakralle. Geil, hier. Ich weiß ja nicht, was ich damit sonst machen soll. Wem soll ich denn das denn geben? Aber wahrscheinlich brauche ich es ja doch. Lassen wir es mal. Ups. Es gibt wahrscheinlich später irgendwelche Leute, die das brauchen oder sammeln. War da nochmal geblutet, oder? Ne, sah so aus. Sollen wir noch warten, wenn wir die Nachtwache hier antreten? Ja, komm. Wir machen noch die Nachtwache hier und dann sind wir uns da und Dings. Dann haben wir das, ähm... Wir haben auch ein bisschen noch mal Kleingeld gesammelt. Fahre Charlie. Er ist ein guter, der uns Probleme verbringt. Bleib zu Charlie. Ich habe dir mehr Geld, wenn diese Läden abliefern. Ja gut, das ist schon normal. Im Prinzip läuft er einfach sein Muster ab, die ganze Zeit. Tausend Jahre später, meine Damen und Herren. Wir danken immer noch an dem Mund hinterher. Lauf doch jetzt, Herrgottseins. Was ist los mit dir? Was suchst du? Was willst du denn? Im Endeffekt ist dann eh wieder irgendwo die gleiche Kacke am Dampf, ne? Wenn da prügelt sich jemand oder Dings. Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Nachhinein ist einfach nur ein Kojote jetzt. Ja, gut. Geld ist Geld. 30 Piepen sind 30 Piepen, ne? Also... Ich kann hier wieder zumachen. Ja, ich glaube, dass da 100 Dollar oder so drin sind, aber mehr kannst du da eh nicht holen. Gut, das war's. Speichern wir hier mal ab. Sehen wir uns dann im nächsten Video. Gucken wir mal, dass unser Gaul jetzt eigentlich mal am Leben bleibt. Nicht die ganze Zeit, dass er hier damit rauf geht. Speichern. Gut, damit sehen wir uns im nächsten Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Gut, damit sehen wir uns im nächsten Video. Gut, damit sehen wir uns im nächsten Video.